Oh, das ist richtig fetter. Tut für Spani. Jawoll, ein richtig dicker Prügel. Oh nein, der Rahmen! Oh nein, 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 nein. Hä? Ah, oh ja. Saved, Jungs. Saved. Professionist Schwieber. Habe ich schon, also habe ich heute schon das ein oder andere Mal erklärt. Es ist nämlich so, auf einer Insel, oder es kann halt auf einer Insel maximal eine Spinne Aqua auf dich haben. Wenn eine Spinne Aqua auf dich hat, das hat sie jetzt hier die ganze Zeit und andere Spinnen spawnen, dann bin ich für die quasi, als würde ich gar nicht existieren. Sie kostet denn den süßen Wein. I like you. I like you now. Das Geburtstag Schwein, die fühlen sich an wie 30. Schallern, auch keine 30, Alter. Huch. Alter, ich hätte jetzt auch gar keinen Bock, über 30 zu sein. Das wäre richtig scheiße. Uwe, Manfred, Nudeln. Lecker Spagettata, Jungs. A real talk, Henke. Deine Tuss ist mein Typ. War das etwa wichtig? Saved, oder? Die gehen auch an so blüften Kursen. Ich sag eh für Jetson4Date. Ja, doch schon. Doch, Jets Bay. Nee, Bro, guck mal, Henke, Alter. Boah, die ist richtig assi. Ja. Voll geil. Schmocki an. Schmocko? Das ist schon ganz geil, eigentlich. Warum sind wir eigentlich, guck mal, wir sind fast only Frauen. Nee! Boah, ich bin topfrii. Schön, dass du Jungs schon mal eine kleine, nackte Cello gesehen, der in deinem Bett lag und sich einen Mitternachtszeit gegönnt hat. Oha. Verpiss dich, Piet. Piet! Hup! Oh, Mann, ey. Oh, der war übel riesig, der Fisch. Hallo liebe Bewohner. Ist es mit wo auch die erste April 2020. 12. 20. Hier auf England. Und nicht vergessen. Der hieß, dem Tag ist nur ein kleines Ampferd. Das heißt wohl auch, uns steht ein Wetterwechsel bevor. Ein Jahresfest war abschließlich und die nächste zieht er auf. Hier nur das Neueste für heute. Ich wollte halt wirklich nur schreiben und ich war so... Ganz ehrlich, ist immer das Gleiche mit dem. Immer das Gleiche. Kannst du dir auf, dass du deinen Sack nicht on-Stream zeigst, Alter. Ich implodiere ich. Wer kommt jetzt hier auf die Insel? Wer jetzt wieder David ist? Dann rass dich aus. Wer? David, komm. Wer? Wer jetzt David kommt, ne? Wer jetzt David kommt? Nein! Hau ab! Weg! Es ist mir nicht übel, aber bitte, bitte hau ab wieder. Bitte hau ab. Bitte hau ab. Du hast mir grad schon einiges versaut. Ist schon frech, dass du nicht mal Sub bist. David mit seiner Bambus-Saarland-Leitung. Ja! Fürs Saarland. Mit zwei A. Sprek-Anna. 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 Ich bin hei. Ich stehe das Lien. Denn ich bin Sprek-Anna. 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 Ich bin hei. Ich glaub, ich hab Boxen an Hilfe. Ich hab Boxen an! Kevin Fronnt in Henke Board-Gebrauch keine Angst war eh wieder die gleiche Scheiße. Dez stream nur 2 Stunden am Tag als Mauer. Dez stream mehr als du, Kevin. Ich stream actually auch mehr aus Kevin gerade. Nein. Nein. Wer ist abgehauen? Wer hat gerade einfach das korrekt gemacht? Wer war das? Nein. Nein. Oh mein Gott. Alter, ich habe auf der Insel einen fucking Quastenflosser gefangen. Und ich hatte noch diesen... Alter. Oh. Oh. Oh, wohl. Nein. Oh Gott. Fuck. Kleiner. Da loopt einer raus. Alter, ich sehe aus wie ein französischer Koch. Guck mich mal an. Schau mich mal ernsthaft an. Guck mal mein Gesicht an und denkt an einen französischen Koch. A real chance sehe ich so aus. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Aber kurz eins in den Chat, wer findet, dass ich wie ein französischer Koch auswähle. Ich habe auf keinen risch, Ich mache ihn hier acesso.